Das Bundeswirtschaftsministerium hat Abschlagszahlungen von mehreren Corona-Hilfsprogrammen vorerst gestoppt. Es bestehe in einigen Fällen der Verdacht, dass unrechtmäßig staatliche Hilfsgelder bei den Corona-Hilfen erschlichen worden seien, sagte eine Sprecherin des Ministeriums. Die Abschlagszahlungen seien kurzfristig angehalten worden, eine Prüfung Laufe. Die Zahlungen wurden bereits am Freitag gestoppt. Es geht um Überweisungen für die November- und Dezemberhilfe sowie die Überbrückungshilfe 3. Erstere sind Umsatzentschädigungen für zwangsweise geschlossene Unternehmen, letztere Zuschüsse zu den Fixkosten. Viele Hilfen können nur von Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern oder Rechtsanwälten beantragt werden. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Die Sprecherin ergänzte unmittelbar nach Kenntnis von Unregelmäßigkeiten seien die zuständigen Stellen und strafrechtlichen Ermittlungsbehörden informiert worden. Diese hätten bereits Ermittlungen aufgenommen. Das Online-Magazin Business Insider hatte zuerst über den Fall berichtet. Demnach haben sich Unbekannte mit falschen Identitäten als prüfende Dritte, also etwa Steuerberater beim Wirtschaftsministerium registriert, um Anträge stellen zu können. Es sei schade und bedauerlich, dass hier versucht werde, die Not der Unternehmen in der Corona-Krise auszunutzen, sagte die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums.